So, ich komme wieder zurück zum Schiff. Brauchen wir noch einen Plan da, oder? Ja. Zack, das war ich. Ja, lol. Das ging schnell. Schön. So, ich packe die Athena-Sachen mal in eine Kiste wieder. So, das da ist eins. Kelch des antiken Vermögens, hier rein. Das haben wir. Okay, schön. Plunder ist Südosten. Plunder. Okay, du bist schon da, sehr schön. Achso, genau, die ganz letzte... Nee, wirklich, nee. Da links sind Supplies, oder was ist das? Ja, Supplies. Nimm das Segel gerade raus, wenn wir... Ist nichts gescheits dabei, oder? Nee. Okay, jetzt haben wir... Oh, kröken. Na dann. Auf geht's. Schaluppe. Schaluppe? Osten. Weit weg, aber trotzdem... Woll ich drauf aufmerksam. Was? Gut zu wissen. Was war das? Der Geisterkali auf der rechten Seite. Fuck. Wir werden angesagt. Ich gehe runter. Die habe ich schon gesprengt. Ah, schade. Weil sonst hätte ich die gerade aufs Schiff bringen können. Jetzt schrei ich so, weil ihr so laut ist. Ich rede per dir. Sexgeisterkali. Oh, da ist es. Was ist denn mit der... Ähm... Noch ein Loch? Ich schütte die voll mit Wasser. Ich schütte die voll mit Wasser hier. Die Gardeone. Die steht nämlich neben uns. Dann nutze ich das und mache die voll mit Wasser. Ja, genau. Dann haben wir ein Problem. Schon mal weniger, hoffe ich. Ja, das knarzt schon, oder? Wir sind's. Ne. Ich hoffe mir nicht. Aber es schaut gut aus. Die haben einen Haufen Wasser drin, glaube ich. Ja, ja. Die sinken doch schon, oder? Okay, das war's. Sehr gut. Dann komme ich zurück. Also, ich finde, die sinken schon. Ja, doch. Die sind gerade gesunken. So. Ähm... Reparieren. Da ist noch was. Klappt das unten? Jo. Jetzt saugt er. Sehr schön. Das war voll gut. Ja, wunderbar geht das. Ich glaube, das war's. Hörst du wohl auf? Ja. Hm, hörst du wohl auf? So, 5 Löcher haben wir uns gemacht, mit einem Schlag, der Hund, der, dass wir einen Haufen Blätter dabei haben. Vor uns, wir müssen ein bisschen drehen. Sind ihr gleich draußen? Ah nein, müssen wir nicht. Au, jetzt sind wir draußen, oder? Passt. Ich gehe deperdieren. Ja. Kommando, oder? Ja. 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 Sehr gut. Ach so, gut. Schön. Also wir haben ihn theoretisch, da sind noch zwei Arme, ich weiß nicht was wir jetzt machen. Ein Bug. Hier ist auch ein Loot hier rum. Ne, ne. Drei Arme, es existiert noch der Kraken. Wir sind nur schon fast raus, das ist es. Ach so, ja. Ja, fahren wir wieder zurück, oder? Dann können wir wenigstens den Loot noch abstauben. Ja. Ja. Jetzt bringt uns ja auch was. Wo ist denn der Loot? Gerade Ausgleich. Genau. Jetzt kommt er eh wieder. Du Kraken. Wir will gar nicht wissen, was wir in Geld reingesteckt haben für die Musik und alles, ne? Ja, stimmt. Aber das muss ja ein guter Komponist gewesen sein. Hier vor uns rechts direkt ist Loot. Das Schiff fährt gar nicht rein, oder? Doch jetzt. Ja, genau. Sehr gut. Flo. So. Da sind wir wieder. Wieder 100 down. Sehr gut. Zaman, hm? Machen wir das Segel hoch Die Musik ist zumindest noch da, gell? Ja doch, da ist noch einer Das war's Die Mutter Hier leuchtet es überall im Wasser, habe ich gesehen Ah, rechts Ist hochgekommen noch Ja Andere Schiffe sind nicht nahe bei uns Das passt, wir können den Rueid uns einen Loot holen Kommst du schon ran? Mir kommt's Ich hol den da hinten gerade, achso Dann nicht Mach das Dann hol ich den R Achso, ich bin voll Mist Ja, so knapp 100 Kanonenkugeln ist nicht die Welt, aber Oh, rechts neben uns leuchtet noch was Schönes Ja, was Rotes, oder? Da war doch irgendwas Oder hat jemand schon was geholt? Ah, da ist es Zack, ich hab's Ich hol's Ja, bin ich aber selbst schuld, warum mach ich das? Ach, links auch noch, links seh ich was Genau, ganz links Oh, ja, oh, Psolla Das war jetzt falsch So Ich trage dir das mal hin, sodass du besser schießen kannst Ja, genau Ich möchte mich nützlich machen, hier Boah, geil, sind Schädel Einmal Malekiste Er kommt bestimmt kleiner Achso, ja, stimmt, genau Hinter uns leuchtet auch noch irgendwas Ich schau' da mal Ich glaube, ich schau' mal kurz ins Wasser Was das ist, weil vielleicht lohnt es sich auch nicht Ja, Flo ist schon da zum Holen Also ich bin jetzt gerade hinterm Schiff Und schau' mal, was da ist Okay, da ist noch ein Krockenfleisch, glaube ich Und, ja genau Krockenfleisch und ein Schädel Nehme ich mit Athena Ähm, Belobigung Oder besser gesagt Punkte gibt's echt nur auf so Athena-Sachen, gell? Ja, ja Sonst nix Hm, schade Ey, was genau meinst du? Ähm, wenn's jetzt du Totenköpfe abgibst Das gibt ja keine Punkte für Athena, oder? Genau, ja, ja Hm, das ist echt schade Belobigung tatsächlich Man muss ja für Athena auch Sachen abgeben Hm Aber falls du diese Ranglistenpunkte meinst Botschafter, ja Botschafterpunkte Hm So Und wir müssten, wenn wir fertig sind, einfach geradeaus Ja, okay Hast du uns schon ausgerichtet, Gabby? Ja Ei, ei, ei Hier kann man den Spruch nicht bringen Einmal mit Profis arbeiten Hier ist es Und was ist geradeaus? Plunder Valley Äh Achso, okay, kein Loot mehr Okay, normales Auf, auf, auf 10 Uhr schwimmt irgendwas, oder? Ja, ne Schaloppe Achso Hinter der, in Richtung Schnitter Osten, oder was? Ahja, da Hinter der Schnitterruhe, genau Jetzt wär's aber echt, glaub ich, wichtig, dass wir alles abgeben, ey Ja, genau Genau, ich sortier mal Alles, was zum Athena kommt, wenigstens mal beiseite Damit wir Genau Auch wenn's keinen interessiert, aber Ich mach das mal für mich Es war keinen wichtig, nur für dich So Genau Also alles, was jetzt links hier steht Bei der Leiter ist für Athena Der Rest ist wirklich egal Unten haben wir noch eine Aschentruhe Da sind die Folianten drin Eine Aschentruhe So, eine Aschentruhe Eine Geisterschaluppe Links von uns Okay Äh Dann fahren wir jetzt zum Plan Da Achso, wir fahren dann noch zum Außenposten vorbei Könnt man gleich abgeben Zumindest die Athena-Sachen Achso Stimmt Ja Und dann der was Richard, oder? Nö Wieso? Die anderen Sachen brauchen wir gar nicht mehr Nö, nö Dann würde ich die Quest jetzt abbrechen Also ist nur meine Achso, ja stimmt Wir hatten dann überhaupt keine Emissionärie Sorry Und jetzt bei 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 dem Bei dem Außenposten Die Emissary Quest annehmen Und die dann hauptsächlich machen Okay, dann mehr Siegel hoch Siegel hoch Deswegen würde ich die jetzt auch abbrechen Die andere Okay, ich gehe immer in meinen Anker Wir sind viel zu schnell Und Anker Okay, wenn du das sagst Dann tu ich's Yep Do it Just do it Schön Also wie gesagt Links hier Stehen die ganzen Athena-Sachen Genau Und da scheint was zu verbrennen Der Big B Ist glaub ich Das war mein Quakenfleisch Da ist er wieder Da ist er wieder Wir sind gesunken Nur Quakenfleisch ist noch nicht fertig Oh guck mal So eine Crate alleine Und nur 1500 Gold Jetzt leveln wir Athena Endlich Ich bin Stufe 8 schon Naja schon Was ist denn jetzt los? Hm? Was ist los? Warum kann ich nicht mehr rechts links schauen? Ah, das habe ich schon gehabt Nur noch hoch runter und laufen Ja Escape Mal wieder weg Ich glaube da Muss kurz rausgehen Und wieder reingehen Dann geht's wieder Die Truhe der Legenden Jawohl Warte mal Geh mal Zu einer nächsten Leiter Und dann können's wieder gehen Wo ist denn hier eine? Äh Lass mal kurz schauen Moment Ich muss mein Quakenfleisch rausnehmen Ich glaube das ist nämlich ein Leiter Bug Geht's bei dir bitte? Nee Ich kann Ich kann aber links rechts drehen Sobald ich im Emote drin bin Ja Dann kann ich irgendwie rumdrehen mit der Kamera Aber Ja stimmt Du musst du hier Sogar eine Leiter Ähm Geh mal Jetzt bist du neben der Neben der Dings Einfach zurück zum Schiff Neben der Treppe Genau Geh mal zurück zum Schiff Oder hoch zum Steg Naja stimmt Beim Steg gibt's auch Leiter Gibt's auch Leiter Gibt's Leiter 15.000 Geil Mein Lootherz blutet Sammler Athenis Ziegen Boah was hat denn uns das Wo bin ich Wo bin ich direkt mal gucken Hier Antena Ja ich bin jetzt Wächter Und brauch noch 200.000 Punkte Damit ich dann in der höchsten Höchsten rank bin Geht's wieder? Geht's wieder Jawohl Super So die Impläne Missionary Ja genau Ich hab zum Abbruch Gevotet Der Achso ja genau Jetzt ist wieder der Bug Da ey Das ist ja Wahnsinn Schon wieder Ja ja Deswegen Es ist nicht Bugfrei gerade Das Spiel Echt schlimm Und wo ist jetzt Die Missionary Die musst du beim Geheimnisvollen Fremden Ja annehmen Achso ja schon Achso Dann ist die jetzt Ausgerüstet Genau Aber damit wir Das nicht vermischen Jetzt bitte auch All die Quest ablehnen Achso Gibt's die gar nicht mehr Dann haben wir jetzt Shark Bait Cove Booty Isle Und äh Chicken Oh Chicken Isle So ein Haufen Wow Da bin ich gespannt So Booty Isle Das machen wir jetzt mal weg Du bist dabei mit dem Kochen Ja Genau Danke Ähm Shark Bait Cove Booty Isle Und äh Chicken Isle Habe ich gesagt Dadach Genau Die anderen sind nicht mehr ausgewählt Nö Okay Dann Fahren wir Booty Isle Shark Bait Cove Und dann Chicken Isle Kann man da oben abgeben Nö Ist eigentlich wurscht wo wir lang gehen Sind alle ums Eck rum So Big B Hat sich Hat sich den Nacken verrenkt Genau Ähm Stimmt Die können wir ja auch abgeben Die Smaragde Beim Athena gell Ne Kommen wir nicht Stimmt Leider nicht Dann kann ich die irgendwo abgeben Ah Dann können wir die ja auch beim Jäger abgeben Aber bitte nicht Händler diesmal Das wäre echt unfair Ja Ich hab ja echt da nix davon Ja stimmt Dann lass ich die an Bord Die Smaragde Dann können wir jetzt nur entscheiden Ne ne Ihr könnt schon abgeben Nur Wo wolltest du die Bei Bei Ah Bei Athena geht ja nicht Ja ja Also bitte Athena geht nicht Und bitte Überall nur nicht Händler Das ist meine Bitte Ja Sobald ich auf der Insel bin Ist der Fakt da Am Schiff funktioniert es Einwohnfrei Ach das ist jedesmal bei dir Ach das ist eine Kacke Schmeiß mal Das Zeug hier einfach nach unten Ja genau Schmeiß ein bisschen nach unten Dann machen wir den Rest Und dann machen wir den Rest